Ab dem 1. Juni 2017 ist diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung liegt in Münster. Das im Jahr 2002 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Fernwärmezentralheizung beheizt. Die Immobilie ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 46 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 627 Euro. Wir freuen uns, die Nähe zu informieren. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.